Hallo Entrepreneure, wir sind bei der vierten Frage, also vier, vierten Frage, um unser Geschäftsmodell zu bewerten. Wir haben die Inspiration von Osterwalder und die Frage lautet, wie stark können Sie Ihre Kundennatur bewegen, dass Sie Ihre Arbeit erledigen, dass Sie viel Ihrer Arbeit erledigen, während Sie einnehmen. Wir kennen das Beispiel von Ikea, also was machen die, die Kunden? Schauen wir uns nochmal an, die fahren dorthin, gehen durch diese Verkaufsräume, holen die Sachen selber aus dem Regal, bezahlen an der Kasse, fahren selber nach Hause, setzen sie daheim zusammen. Sehr, sehr viel von dem machen die Kunden, ganz anderer, neuer Geschäftsansatz hier. Also hier dann die Frage, wie stark können wir die Kunden dazu bewegen, um Arbeit für uns zu erledigen? Während wir dann Geld schon einkassiert haben. Das wäre es zu dem Gedanken, bis später, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.